Heaven Players vs. die Superheldinnen Sehr schön So, wir stellen gleich mal das Ganze um Es sind ebenfalls nur Frauen dabei, aber diesmal keine Voraussetzung Da kann man auch mit Frauen hier antreten So, Aufstellung Ja, wir packen das Neo jetzt hier rein und lassen den Rest erstmal so Illusion Ball Da guckste, ne? Da guckste So, gucken wir mal, kommen wir hier ran? Da kommen wir ran, aber leider nicht so wie ich das gerne haben möchte Ah, okay Okay Starker Pult Ist auch so eine Technik, ne? Das auch gerne foult Aber diesmal nicht Deswegen Werden wir jetzt hier Ähm, ich geh mal auf TP sparen Deswegen geh ich auf Cobra Kanone Oh, Eiskristall Schild ist auch schon eine starke Technik Ja, und die hält auch noch Oh Mann Ähm So Oh, das ist alles abseits Oh Mann So Wirbelsprenz Ist da Abseits Okay Okay Einer kriegt schon ne Was? Einer kriegt schon den Baller, wollte ich schon sagen Stimmt aber nicht Gucken wir mal Äh, dann die Mauer einmal Komm Das erste Tor sollen wir doch jetzt mal hinkriegen Ach komm Das sollte eigentlich auch auf Excel gehen Warum zum Teufel War das so? Wir passen mal zurück, wir machen jetzt den Monsterkneifer So Dann kann er nämlich hier schon laufen Kann er überhaupt noch was einsetzen Wir gehen jetzt noch näher ran Und machen direkt Katana Kick Komm, was solls Dann haben wir jetzt keinen Hackmack mehr Da kommt nochmal das Schild Und Sie hält trotzdem Alter Was ist los mit dir? Ernst Was ist los mit dir? Ich weiß das Eisgestalt Schild Äh Schon stark sein kann, aber Das ist ja schon Sehr krass So, kein Abseits Dann kommen wir mit Eisfeuerlanze Vielleicht Schaffen wir das diesmal Kann doch echt nicht sein Dass wir hier echt Probleme haben Ja Danke 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 eigentlich für das erste Tor Ne, 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 ne Was da los mit dir? Emilia Emilia, du warst schon ziemlich strong Aber halt Ich glaube nicht Ich glaube nicht das Langford So eine schlechte Schusstechnik 186 186 Gleich mit Neo So So Samford Was, wie viel hast du denn schon? 160 Also Ich weiß gar nicht Gibt es noch bessere Schuhe als Universal Schuhe? Bestimmt Und Da 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 Ne, ich pluck einfach nur mal ab So So Sneer Komm mal durch Rostwelle Zack Und Dann Simmern wir einfach mal drauf Schneesturm Leopard Und sie kann ja eh nichts mehr machen Das heißt, wir können Eigentlich ist es nicht schlecht Dass sie jetzt keine TP mehr hat Aber schon irgendwie ärgerlich Und das Lenkfort hier echt Probleme hatte Gegen sie Auch sehr traurig So Geh mal hin Und wir machen durch meinen Langschuss DigiScan plus eins Sehr schön Da 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 Hochwicht Finale Let's go Zack Ablocken Oh 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 Ja Hunter netz soll es natürlich Echt gut Das heißt, ich muss mich jetzt anstrengen Wir versuchen mal eine Grätsche Was? Was ist denn daneben? Dann muss halt der Wirbelschutzprinz her Damit wir den Ball kriegen Kommen wir hier durch? Nope Verdammt Dann versuchen wir es mit Ackerklatsche Ja Du mit deinem Energienetz Habt's jetzt? Ach komm Na ja gut Ähm Dann müssen wir jetzt hier erstmal auswechseln Ähm Hallo? Könnt ihr gerne Jail haben? Danke So Gucken wir mal Is new? Ne den Block Versuche ich einfach mal abzublocken Und das funktioniert wunderbar So das ist jetzt kein Abseits Gott sei Dank Dann Machen wir weit Gehen wir weiterhin auf Ähm Die Eisfeuerlanze Dann Muss gelevelt werden Da Feuertornado schon fertig ist Geht's mit der nächsten Technik weiter Ich bin gespannt Das könnte Das könnte Plus könnte V Könnte aber auch L-Reihe sein Ich weiß es nicht Musste das jetzt sein? Kabomms Treffer So Jetzt können wir wieder auswechseln Man merkt man muss hier echt viel auswechseln So Dann machen wir das einmal so Da wir halt Viel TP Verlust haben Ne? Hier haben wir keine heiße Phase Die vermisse ich eigentlich schon In den Gau rein Die Mauer Guck mal Wunderschön nicht? Keine Ahnung Kommt der Ball überhaupt an? Er kommt sogar noch an Sehr nice Dann Mach mal Bögen hier Sehr sehr geili Damit haben wir jetzt Das 4 Oder haben wir schon das 5-0? Ne Wir haben das 4-0 erst Ja gut Aber das 5-0 kriegen wir auch noch Das ist hier Sollte hier kein Problem sein Wir haben immer noch zur Not noch den Langschuss Den wir jetzt hier auch Versuchen werden Zu aktivieren So Kartentrick Äh Hunternetz ist dabei Gucken wir mal Ob wir durchkommen So Die blockt ab Oh Hunternetz ist schon Das kann es doch eigentlich nicht sein Oh Was Wir kommen nicht durch Oh Eisblocklauf Was ist denn jetzt hier los? Wieso Gewinnen jetzt so viele Zweikämpfe Was stimmt denn hier nicht? Äh Mal Strom Geht mir den Ball hier Wieso ist das denn jetzt mit abzuhalten? Geht mir den Ball hier Geht mir den Ball hier Diesmal eigentlich das 5 zu 0 hier Hoppla Und start Was los ist bei dir? Wenn ihr so spielt Will ich jetzt gar nicht gegen Team Zero antreten Geht mir den Ball hier Ach komm Ich wollte es doch gar nicht angucken Du 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 Müsste der sein So wird das gemacht DigiScan Hat versagt Harmoniebombe Kuckuck Können wir noch Langschuss benutzen? Ich weiß es nicht Leider nicht Aber Es wäre Es wäre gegangen 3 TP fehlen mir noch Verdammt Na vielleicht kriegen wir trotzdem Tor Yes Das kriegen wir 1 6 zu 0 Perfekt 1 Rang ist da Hervorragend Die Zeit ist auch um Na komm Start Shiri 5 up Hoffentlich Shiri Shiri Machen wir jetzt die große Mauer Dann hat er keine TP mehr So So jetzt pfeift er jetzt ab Ne 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 So ähm Wir sind ja gerade noch in der Sunny Tour Und ähm Dieser Strang hier hat nur 3 Mannschaften Das heißt die nächste Mannschaft wird auch schon die letzte sein Und wenn wir dort S-Rang haben können wir nämlich die Truhen öffnen und ich bin sehr gespannt was wir dort finden werden Aber was bekommen wir hier jetzt? Nur das Logo Beziehungsweise das Wappen Naja gut Aber Excel ist jetzt 99 Sehr nice Gabi wird Kommt auch langsam auf 99 JP ist 99 Jail ist 99 Sehr sehr geil Puh Gut Dann auf zur nächsten Mannschaft Naja gut Untertitel Wappen